Ja, heute geht es um eine heiß diskutierte Frage im Hundetraining, nämlich Hundebox. Ja, nein, braucht ihr das? Gerade bei einem Welpen wird ja oft vermittelt, dass das ein Must-Have ist, dass man das auf jeden Fall haben muss. Stimmt das? Braucht ihr eine Box? Was macht ihr, wenn euer Hund keine Box mag? Genau auf diese Themen werde ich in diesem Video genau drauf eingehen. Ja, die Frage Hundebox, ist es gut? Sperrt man da dem Hund ein? Tut man ihm vielleicht sogar einen Gefallen damit? Ein Streitthema, ein berechtigtes Streitthema, denn eine Box ist prinzipiell mal ein Käfig, in dem man einen Hund auch einsperren kann und Tiere einzusperren ist in den meisten Fällen nicht gut. Ich möchte auf dieses Thema differenziert eingehen. Ich möchte euch die Pro-Argumente und die Kontra-Argumente liefern, sodass ihr für euch entscheiden könnt, ob eine Box das Richtige für euch und euren Hund ist. Fangen wir erst mal mit dem Pro-Argumenten an. Was spricht für eine Box? Zuallererst mal, es ist ein möglicher Rückzugsort für euren Hund. Das muss jetzt keine Box sein, das könnte jegliche höhenartige Rückzugsmöglichkeit sein für euren Hund. Und viele Hunde mögen es sehr, sich einfach mal zurückziehen zu können. Das merkt man oft, dass sich manche Hunde gerne in ein Regal zurückziehen. Das habe ich ganz oft schon Fotos bekommen von Kundinnen, dass der Hund irgendwo im Regal sich hineingelegt hat oder auch unter dem Tisch oder auch unter dem Bett. Also viele Hunde mögen dieses höhenartige. Und mit einer Box kann ich das dem Hund ermöglichen, dass er seine eigene Höhle hat. Das ist natürlich auch genial, wenn der Hund so eine Höhle hat, mit der er sich wohlfühlt. Wenn es beispielsweise darum geht, dass ihr mal irgendwo auf Urlaub seid oder den Hund irgendwo zum Aufpassen mitgebt, da hat der Hund sozusagen sein mobiles Zuhause immer dabei. Und das ist wirklich nett, wenn der Hund etwas hat, wo er sich wohlfühlt, wo er Orientierung hat. Und gerade wenn man irgendwo in einem fremden Hotel ist, ist es schon nice, wenn der Hund eine Box hat, die er kennt und sich dementsprechend nicht ganz so fremd fühlt. Also hier ist eine Box wirklich durchaus eine Hilfe. Gerade bei Hunden mit Angst ist das eine Riesenhilfe. Insbesondere, wenn sie zum Beispiel Angst vor optischen Reizen, vor Gewittern haben. Diese Hunde ziehen sich oft zurück. Ich habe beispielsweise mal an Silvester meinen Hund im Kleiderschrank gefunden. Der hat sich da zurückgezogen. Das war übrigens in einem Hotelzimmer. Der hatte da keine Box oder irgendwas, wo er sich zurückziehen konnte. Wenn er eben seine Box hat, die er schon kennt und sich dort zurückziehen kann, ist das eine Riesenhilfe für den Hund. Nachts bei einem Welpen ist es natürlich auch eine Hilfe, wenn er noch nicht stubenrein ist, dass er einen abgegrenzten Bereich hat, wo er schlafen kann, damit er eben nicht nachts aufwacht, rumläuft und irgendwo sich löst. Bei manchen Hunden ist es außerdem so, dass sie leichter zur Ruhe kommen, wenn sie so ein bisschen eine optische Abgrenzung haben. Also beispielsweise, wenn ihr Kinder habt und einen sehr hektischen Alltag habt, da ist es schon für den Hund durchaus eine Hilfe, wenn er eben eine Höhle hat, wo er ein bisschen Ruhe hat. Und zu guter Letzt ist eine Box natürlich eine super Möglichkeit, den Hund im Auto zu transportieren. Nämlich neben einem eingebauten Gitter die zwei sichersten Möglichkeiten. Alles andere ist einfach nicht so sicher. So, das waren nun die Argumente für eine Box. Was spricht nun gegen eine Box? An und für sich spricht gar nichts gegen eine Box, sie irgendwo aufzustellen. Vorausgesetzt, sie bleibt offen. Ja, könnt ihr es mal probieren, wie euer Hund darauf reagiert. Wenn euer Hund die Box aber meidet oder per se nicht reingehen will, aus was für Gründen auch immer, und ihr sagt, ich habe ja eh ein Gitter im Auto, ich habe andere Möglichkeiten, meinen Hund zu transportieren, dann braucht ihr in den meisten Fällen keine Box. Dann braucht ihr sie einfach nicht. Und ich hatte sieben Hunde, sechs von denen kannten Boxen einfach nicht. Und wir haben auch einen wunderbaren Alltag geschafft. Der siebte liebte die Box und es war eine Riesenhilfe. Also, das ist kein Must-Have. Warum ich das erwähne, ist, gerade WelpenbesitzerInnen, deren Hund eben nicht an die Box gewöhnt wurde, die machen sich mitunter einen Riesendruck. Mein Welpe muss Boxen gewöhnt sein. Ich habe das überall gelesen, das ist ein Must-Have. Fürs Alleinseintraining braucht ihr das. Und hier gilt, nein, das braucht ihr nicht. Gerade fürs Alleinseintraining braucht ihr auch gar keine Box. Also, ich weiß, dass das mitunter ein Tipp ist, man soll den Hund einsperren in eine Box, dann fällt das Alleinsein leichter. Aber ich trainiere das Alleinsein stets so, dass der Hund mindestens ein Zimmer frei zur Verfügung hat. Denn für einen Hund, der Probleme mit dem Alleinsein hat, ist es nicht einfacher, dann noch räumlich eingesperrt zu werden. Es gibt zwar Hunde, die sich dann ihrem Schicksal sozusagen ergeben und dann ruhig da liegen, aber das ist nicht die Art von Alleinseintraining, die ich machen will, sondern der Hund soll ja wirklich entspannt und cool sein, wenn er alleine ist. Also, mein Fazit. Eine Box kann eine Hilfe sein, aber braucht ihr eine? Nein. Falls euer Alltag wunderbar ohne Box funktioniert, macht euch keinen Druck, dann braucht ihr auch keine. Und falls euer Hund eine Box braucht, aber Probleme damit hat und ihr sagt, nee, ich brauche eine Box, wir werden mit dem Auto fahren, wir müssen ihn mitunter mit dem Flugzeug transportieren, dann macht ein kleinschrittiges Boxentraining. Aber bitte den Hund nicht einfach so einsperren und zumachen. Das führt mitunter dazu, dass euer Hund die Box noch weniger mag. Und in diesem Fall wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß beim Training mit euren Welten. Bis zum nächsten Mal.